Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Dance heute am Dienstag und ich hoffe, ihr seid alle heil und froh und munter nach Hause gekommen vom Rosenmontag, zumindest in den meisten Gegenden ist ja Karneval, Rosenmontagsumzug und so weiter, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Wir farmen jetzt mit Bogies only, mein Gott und mal gucken was so geht, ich hab mir überlegt, ich mach das jetzt aus dem einfachen Grunde, ich habe drei Kasernen jetzt fertig, die voll ausgebaut sind, die vierte ist ja jetzt im Moment im Gange und durch diese vierte, dritte, komplett gemäxte Kaserne reicht das dann gerade so um 220 Bogies zu produzieren und ich muss nicht immer gucken, nimmst du Bogies in die eine, Barbaren in die andere, ach irgendwo brauchst du auch noch Mauerbrecher, das war mir alles ein bisschen zu kompliziert, deswegen nehme ich jetzt Bogie only und das machen ja auch einige, gibt ja genug, die damit farmen, ich hab damit bis jetzt nur Pokale gefarmt, aber wir können es ja einfach mal versuchen, mal gucken, wahrscheinlich finde ich aber jetzt nicht vernünftigen Loot und kann das überhaupt nicht testen, das Problem ist, ich wollte euch auch noch eine Wiederholung zeigen, die müsste aber gleich schon aus dem Chat raus sein, ich hoffe einfach, es schreibt jetzt keiner mehr was. Hm, nein, also, äh, ich nehme das hier am Montag auf und, ähm, Montagmorgen, es war wohl der Loot gut, so, Karneval und so, meinten die Leute, weiß ich nicht, hab ich selber nicht versucht, leider. Was habt ihr denn Karneval so gemacht? Ich war Karneval irgendwie dieses Jahr gar nicht aktiv, war eigentlich noch nie so ein Riesen-Karnevals-Fan, hab aber die letzten Jahre immer, Düsseldorf, äh, ist ja in der Nähe und Düsseldorf, wisst ihr ja, vielleicht ist auch eine relativ bekannte Karnevals-Hochburg, vielleicht nicht ganz so wie Köln oder Mainz, aber die Düsseldorfer würden natürlich jetzt sagen, sie sind auf jeden Fall besser als die Kölner und, äh, das war eigentlich schon immer ganz lustig, aber meine Freundin muss so heute leider arbeiten und irgendwie hatte ich dann auch nicht so die richtige Lust, mich zu verkleiden und hatte auch kein Kostüm und dann hab ich gesagt, ach, weißt du was, bist du noch jung genug, Karneval kommt noch nächstes Jahr wieder, gehst du nächstes Jahr hin. Und ihr seht es schon, der Loot ist atemberaubend scheiße. Der hatte vieles Dunkles, aber das bekomme ich nicht, ähm, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich ein paar Probleme haben werde, an Lager zu kommen mit Bogey-Only. Hier, der zum Beispiel hat relativ volle Bohrer, aber ich wüsste nicht, wie ich da mit Bogey-Only drankommen kann. Wahrscheinlich könnten die Profis, würden das schaffen, ich schaffe es nicht. Oh, ja, das ist natürlich jetzt eine harte Probe hier. Ich wollte eigentlich, naja, okay. Versuchen wir es. Das wird ja so schief gehen, ich hab ja auch keine Mauerbrecher dabei. Das stimmt ja. Ach je, das hab ich komplett vergessen. Also, dass ich welche dabei hab. Die Mauerbrecher an sich hab ich nicht vergessen, die wollte ich auch gar nicht. Ach, da ist eine Kanone. Weil ihr seht das vielleicht, das dunkle Lager ist doch schon relativ voll. Hier jetzt noch ein paar hin. Das Problem wird jetzt halt sein, dass ich nicht weiß, wie ich in die Mitte kommen soll. Der König hat sich jetzt gerade mal durch die zweite Mauer geschlagen. Da fehlt aber noch eine. Das Problem ist halt auch, die Bogies gehen down, wenn da so ein Mörserschuss und alle Bogies sind kaputt. Normalerweise werden sie jetzt ein bisschen geschützt durch die Barbaren, aber die gibt es ja in diesem Fall jetzt nicht. Okay, ich komm aber ans Dunkel, komm ich dran. Dank meiner wunderbaren Bogequeen. Ja. Nehme ich die Pokale noch mit? Ja, die Helden sind sowieso fast für den Arsch. Oh, 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 oh. Ah, okay. Immerhin 1600 Dunkles. Ihr wisst das ja, ich will ja jetzt am Freitag meine Helden losschicken. Für die Queen wird das nicht reichen, aber für den König wird es mit Sicherheit reichen. Da habe ich ja jetzt schon fast zusammen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch was hin. Aber ich glaube nicht, dass ich die Queen erreichen werde. Das sind immer noch 40.000, die mir fehlen. Wird schwierig. Ihr seht, auch im Labor habe ich jetzt den Heiler gestartet auf Level 2. Das muss man sich mal überlegen. Werde ihn dann auch immer noch nicht benutzen, aber dann schicke ich ihn hoffentlich direkt auf Level 3 und dann gucken wir mal. Vielleicht mit Level 4. Ich glaube, der geht nämlich auf Max mit Rathaus 9. Könnte man ja mal gucken, ob man da nicht mal so Helden plus Heiler only. Und ich werde jetzt ein bisschen boosten, auch wenn der Loot scheiße ist. Helden nehme ich auch mit. Habe lange nicht mehr geboostet. Dann nehme ich dann auch schlechten Loot mit. Machen wir noch einmal die Kasernen voll und gucken uns dann die Wiederholung an, von der ich gesprochen habe. Da ist sie. Was ein Loot, hat Yannick geschrieben. Und ihr seht es. Was ein Loot. Und er hatte teure Truppen dabei, aber mit Bartsch wäre es auch schwierig geworden, hier an alles zu kommen. Lazy Farming hat vielleicht geklappt, dafür ist er das nicht so gut ausgebaut, aber ihr seht auch, die X-Büngen sind noch geladen. Das heißt, er ist nicht komplett inaktiv. Ist halt für Yannick geil. Er will eigentlich nur ein bisschen üben mit GoVVP und dann findet er so ein Loot. Ein Geschenk des Himmels, würde ich mal sagen. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Ich habe gesagt, das musst du in ein Video packen. Habe mir nur angeguckt, was da für Ressourcen waren und direkt wieder rausgeschalten. Ja, die Golems halten halt von diesen Einsat X-Bögen extrem viel aus. Die jucken den quasi gar nicht. Und dann hat er jetzt noch schön die Hexen dabei, die mit ihren Skeletten schön hier alles abräumen können. Hier ist ein Tesla, der ist auch noch nicht so hoch gelevelt. Wie schön. Ich will auch mal wieder so ein Loot haben und dann die richtige Armee dafür. Das wäre ja so schön. Ist er noch einen Heizer aber da benutzt? Den hätte ich glaube ich nicht für die Kanone benutzt. Den hätte ich eher für den Magier-Turm benutzt, damit er die Skelette nicht mehr nervt. Die arme Königin. Aber ihr habt es ja gerade schon gesehen, 100% werden es. Er setzt natürlich auch alles jetzt ein. Auch den Wutzauber noch. Kann man sogar sagen, wenn er deswegen jetzt ohne den Wutzauber nicht den Loot bekommen hätte, hat es sich gelohnt. Ansonsten eher nicht. Hätte sogar knapp werden können. Jetzt sind da noch die Skelette. Ein kleiner Mini-Golem, eine Hexe und ein Magier. Also ich glaube, er hat wirklich alles richtig gemacht. Ach, da oben ist noch ein Bogi. Den habe ich vergessen. Jetzt sind auch eigentlich quasi nur noch die Skelette als Tankster. Da aber auch nur noch zwei Bogenschützen da sind. Und der eine jetzt fällt. Reichen die paar Skelette aus, damit der Magier noch wunderschön den letzten Bogieturm zerstören kann. Und es sind 100%. Sehr geil. Sehr geiler Loot. Den hätte ich jetzt auch mal gerne. Aber bitte nicht mit Bogi-Only. Das wäre ja sehr grauenhaft. Das wäre ja Naja. Was brauche ich denn noch für einen Zauber? Ich glaube, ich brauche noch einen Heilszauber. Wobei ein Sprungzauber halt bei der Kombination schon nicht schlecht wäre. Aber ich benutze die Zauber ja eh selten und meistens nur für ein CW. Ich lasse es einfach. Ich habe euch leider keine vernünftige Death zu zeigen. Also nicht seit dem letzten Mal. Ich meine, hier seht ihr es. 195 Bogis benutzt für 46%. Rathaus hat er sich geholt. Und das bisschen Loot, das finde ich auch wieder ein bisschen viel. Wahrscheinlich wollte er zwei haben. Der hatte da 2079 Pokale. Hat jetzt 2069. Okay, er ist doch nicht auf Pokalkurs. Ich dachte, der wäre am Pokale fahren und wollte deswegen zwei Sterne. Hier war ich, glaube ich, ein bisschen inaktiv bei diesem Osil. Da war ich irgendwie, habe ich vergessen, das Schild aufzulösen, bevor ich schlafen gegangen bin. Und dann hat er sich ein bisschen was aus den Bohrern und so geholt, aber die Wiederholung hier kennt ihr. In meinem anderen Video sehr geil. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr das gerne tun. Also, euch gerne reinziehen. so, wie viel hat meine Armee denn? 166. Könnt ihr mal gucken, ob man sich gleich irgendwo rächen kann. Und dann natürlich gucken, ob es sich lohnt. Auch mit der Armee. Aktives Schild oder online? Meistens aktives Schild. Man sollte das mit der Rache irgendwie anders lösen. Ich wüsste zwar auch keinen Vorschlag, wie, aber... es ist halt unschön, dass man nie sich rächen kann. Man kann ja nicht 12 Stunden oder 6 Stunden am Stück drauf hämmern. Was soll ich mich da rächen? Das kann man sich auch sparen. Das lohnt sich ja sowieso nicht. Und das scheint auch der einzige zu sein, bei dem man sich rächen kann. So eine lange Liste und bei keinem kann man sich rächen. da habe ich mich mal irgendwann gerecht oder er hat sich bei mir gerecht. Ne, er hatte sich bei mir gerecht. Das hatte ich euch ja sogar gezeigt damals. Da seht ihr mal wie viel... Also Deaths speichert der ja schon relativ viele, damit man mit der Vergeltung vielleicht auch mal eine Chance hat, überhaupt irgendjemanden zu... Aber... Ihr seht es ja. Einer bei einem konnte man angreifen und dem sein Loot war so bescheiden. Das lohnte sich also überhaupt nicht. Man merkt doch schon, dass es länger dauert, wenn man nur mit drei Kasernen spielt. Ihr seht auch, ich habe wieder diese Base hier gewählt. Wenn ich online bin, nehme ich lieber diese Base. Fühle ich mich wohler mit. Ich könnte gleich eigentlich... Wenn wir jetzt ein bisschen Gold finden, werde ich wahrscheinlich noch eine 10er Mauer aufstellen. Das wäre dann um die 120 habe ich, glaube ich. Habe also noch ein bisschen was vor mir. Und vor allem habe ich mit den Helden noch sehr viel vor mir. Das dauert irgendwie sehr lang. Ich hätte mir alles gedacht, das geht schneller, aber da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit zum Farmen. Und vor allem hatte ich da auch mehr Gems irgendwie. Das Problem ist halt nicht mal das Erfarm des dunklen Elixiers, El... 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 Die Bauzeit, die die Helden dann ausfallen. Und jetzt ist meine Armee endlich fertig. Sieben Minuten hat das gedauert noch. Das ist schon ziemlich lange. Und wir gucken mal, ob wir was Schönes finden. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich echt im Moment so ein bisschen lustlos beim Farmen, weil ich einfach denke, der Loot ist immer so beschissen. Dabei ist er ja normalerweise gar nicht so beschissen. Das liegt ja immer nur an der Zeit, wenn ich aufnehme und dann versuche zu farmen. Ah! 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 Na gut, ihr seht das schon. Es wird wieder nichts. Ich denke, an der Stelle mache ich dann keinen Cut. Den nehme ich mit. In einem Boost reicht mir das. Und ich brauche ja auch hoffentlich nicht alles an Bogies. Ich habe halt auch keine Erfahrung, wie man da vorgeht, wenn man nur Bogies benutzt. Ich fühle die jetzt immer so wellenartig, damit irgendwie Mörser nicht zu viel zerstören. Diese kleinen, fragilen Wesen. Ich hätte halt gerne Bogies mit den HPs eines Barbaren. Das würde mir schon reichen. Komm, komm, komm. Ja, sehr schön. Ich überlege. Ich glaube, ich verzichte auf die Pokale. Dann geht das mit der Armee etwas schneller. Also 27 Pokale waren natürlich jetzt ein bisschen viel. Hätte ich mal drauf geachtet. Was war denn hier noch so am Start? Ah, okay. da geht es gerade darum, um die Reihenfolge in einem der nächsten Kriege, wer über einem steht und so weiter. Das soll euch nicht so interessieren. Das könnt ihr in der Kriegsreportfolge sehen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut, bis die Armee fertig ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und auch die Queen ist wieder mit am Start. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt vielleicht noch mal guten Loot finden. Den hätte ich mir ja schon fast mitnehmen können mit seinem 1000 dunklen Elixier, aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht noch mal ein bisschen auf Dunkle gehen soll. Also ein bisschen höher mit den Pokalen und mir dann vielleicht doch die Burgenkönigin noch mal erfahme. Also, dass ich sie starten kann statt des Königs. Allerdings hat der König natürlich viel mehr ein Recht darauf, weil er einfach noch Level 12 ist. Dafür ist die Königin nur noch zwei Level davon entfernt, wieder einen Schub zu kriegen durch eine verbesserte Heldenfähigkeit. Naja. Mal schauen, was noch so geht. Auf jeden Fall geht nichts in Sachen Loot. Und weil ich die Suche etwas leid habe, werde ich jetzt schon einen Cut machen und ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich jemanden gefunden habe. hm. Der gute Herr hat wahrscheinlich nicht alles in seinen Sammlern, aber das Rathaus steht draußen, dann können wir die Pokale auch mitnehmen. Und ich will einfach mal gucken, was mache ich denn hier mit den Helden? Und hier sind Helden und X-Bögen, das ist natürlich scheiße. Kommt. Boah, verbrauche ich da viele Bogenschützen. Okay, das waren auch zu viele. Das Gute ist, hier außen, die kann man ja einfach mal so mitnehmen, oder? Gut, da habe ich alles. Das kriegen die schon hin. Ich gehe davon aus, hier sind irgendwo Riesenbomben versteckt in der leeren Fläche. Ah nein, hier kann man ja sogar spawnen. Huch. So. Loot ist nicht atemberaubend bei dem jungen Herrn, aber besser als das, was ich vorher die ganze Zeit gefunden habe. Gucken wir nochmal hier. Hier sind auch noch ein paar Reserven, da überlege ich gerade, ob ich hier nicht lieber dann die Queen setze, aber ich denke, das werde ich auch tun, für den Rest da die Queen aufbewahren. Kommt, schafft ihr, schafft ihr, schafft ihr, ihr müsst das schaffen. Naja, fast. Ist in Ordnung. Und das darfst du, junge Dame, machen. Bam, reicht. Das geht sogar. Ich hätte mit weniger gerechnet. Dafür finde ich war es doch in Ordnung. Auch wenn ich glaube ich mit Boogie-Ownies nicht ganz so warm werde, werde es aber jetzt erstmal beibehalten, während die eine Kaserne noch ausbaut. Gehe ich von aus. Also gehe ich von aus, dass das so ist. Zumindest beim Boosten werde ich auf jeden Fall jetzt so bleiben. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Genauso wie mir. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mal in unsere anderen Projekte reingucken würdet. Oder auch über einen Daumen nach oben, ein Abo oder Kommentar. Wir freuen uns über alles. Hauptsache irgendwie eine Reaktion. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Bis dann. Ciao, ciao.